National League A. Wir bleiben gerade auf dem Eis, aber jetzt gibt es Pirouette statt Bodycheck, Rittberger statt Slapshot und Schrittkombination statt Powerplay. Und das alles mit ihm, mit dem Liebling von der Masse. Zwei WM-Titel und olympisches Silber, die Highlights seiner Karriere. Er besitzt Kraft und Eleganz, Athletik und Feingefühl. Er ist Künstler und Kämpfer. Er ist Eiskunstläufer aus Leidenschaft. Wo er läuft, droht das Eis fast zu schmelzen. Begrüßen Sie den besten Eiskunstläufer der Schweiz. Begrüßen Sie Stéphane Lombiel. Herzlich Willkommen bei uns im Studio. Stéphane Lombiel, Sie kommen mehr oder weniger direkt aus Madrid. Sie haben dort trainiert, den Flamenco trainiert wahrscheinlich. Oder was haben Sie genau gemacht? Also nicht nur Flamenco. Ich habe meine Sprünge trainiert. Einfach die Gefühle wieder haben in meinem Körper. Ich habe auch jeden Tag zwei Stunden Ballettstunden gehabt. Und sonst habe ich einige Shows gesehen. Es ist auch gut für den Kopf etwas anderes zu sehen. Und diese Atmosphäre in Madrid ist ganz speziell. Es war eine gute Mischung nach einem Wettkampf in Moskau, wo ich sehr konzentriert war. Dann nach Madrid etwas lockerer sein. Und jetzt wieder ganz fit für die Schweizer Meisterschaft nächste Woche. Haben Sie also etwas Distanz gebraucht, wenn wir uns jetzt den Saison anfangen noch einmal durchspielen im Kopf in China? So schlecht gelaufen wie noch nie, habe ich gehört. Waren Sie dann bereits unter Druck nach diesem Wettkampf? Ja, also einfach, es war nicht mein Best. Ich habe einige Fehler gemacht. Aber was positiv ist, bis jetzt ist zwischen China und Moskau habe ich 20 Punkte mehr bekommen. Das heisst, eine gute Fortschritte für diese Saison. Und es ist sehr positiv für mich für die nächsten Wettkämpfe. Und jetzt arbeite ich sehr viel auf Dreifachachsel, die Vierfach-Dreifach-Kombi. Und ich muss in Form sein während EM und WM in einigen Monaten. Sie sind ein paar Mal gestürzt bei Sprüngen. Sie sind vor allem natürlich bekannt für Schrittkombinationen und Ihre Ausdrucksstärke usw. Aber wie gerne trainieren Sie denn die Sprünge? Also die Sprünge sind für mich sehr wichtig. Und ich mag die Sprünge zu machen. Einfach das Gefühl, man fliegen kann. Einfach manchmal, du stürzt. Und du musst das akzeptieren. Das heisst nicht, ich kann das nicht machen. Aber in China zum Beispiel war es nicht mein Tag und es hat nicht gelungen. Ich habe schon Eiskunstläufer gesehen, wie sie sich aufgewärmt haben. Und die Sprungkraft ist jeweils gewaltig. Also könnten Sie für uns hier auf dem Roten Eis einen Sprung machen? Also ich bin nicht so warm. Aufgewärmt natürlich, also nur wenn es geht. Ja, ja, es geht. Also wenn ich einige Applaus... Ah, okay, also... Also man sieht, das geht bei Ihnen einfach so. So, wie viele Umdrehungen waren das? Ich bin da schlecht im Zählen jeweils. Das war zweieinhalb. Zweieinhalb Umdrehungen quasi einfach so aus dem Stand. Also es hat ja funktioniert mit den Sprüngen. Sie haben also viel Selbstvertrauen getankt in Madrid. Ja, schon. Also ich musste einfach die Routine brechen und etwas anderes haben. Wir haben Sie schon oft gesehen, natürlich auf dem Eis und bewundert. Sie sind ein absoluter Weltklasse-Läufer. Das Stéphane Lambiel, so kennen wir ihn auf dem Eis. Aber wir haben noch ein bisschen mehr über ihn erfahren. Und dann sind wir Leute suchen in seinem Umfeld, wo uns Sachen erzählen können. Und das sind ganz spannende Sachen ausgekommen. Das Fall ist die Romandie. Unsere Suche führt uns in Lambiels Heimat. An vier verschiedenen Orten wurden wir fündig. In Genf, Lausanne, St. Maurice und Saxon. Genf. Hier lebt und arbeitet Peter Grütter. Seit über elf Jahren sein Trainer und Förderer. Ihr erster Kontakt ist ihm noch sehr präsent. Er war ein bisschen nervös und ich habe ihm so zwei, drei Sachen gesagt. Und als er nach Hause gefahren ist mit der Mutter, hat er geheult und hat gesagt, er will mich nicht, weil ich nicht sofort so auf ihn eingegangen bin. Grütter zeigt uns Erinnerungsfotos. Mit zehn Jahren wurde Lambiel sein Schüler. Seine grösste Schwäche, damals wie heute, die Ungeduld. Er ist ein Perfektionist. Und wenn es nicht klappt, dann wird er wahnsinnig wütig. Dann kann er ihn ins Eis holen oder in die Banden rein schlagen oder so. Dann muss einfach der Wut so ein bisschen, er muss Luft abladen. Nein, die weiss er nicht. Er ist ein Walliser. Er ist ein typischer Walliser mit einem Kopf. Und der Kopf ist mir unter die Schuhe, dass er dort ist, wo er ist. Unsere Lambiel-Entdeckungsreise führt uns nach Lausanne. Hier treffen wir seine beste Freundin Katie-Francois. Stefan und sie studieren hier. Trotz engem Terminplan gibt's gemeinsame Zeitfenster. Wir gehen gerne shoppen. Er ist fanatisch. Wir mögen zwar nicht dieselben Boutiquen, aber er ist dabei und ein super Berater. Mit der Liebe ist es bei ihm so. Er verliebt sich zwar nicht schnell, ist dafür umso schneller begeistert von einer Person. Oft hat er sie aber eine Woche später wieder vergessen. Im Wallis in Saint-Maurice finden wir Stéphans Gymnasium. Sein Französischlehrer Bertrand Rodouille mag sich zwar an keine Streiche mehr erinnern. Doch eins ist ihm geblieben. Sein Blick war sehr präsent in der Klasse. Gewisse Menschen schauen leer. Seine Augen aber leuchten wie Flammen. Er ist ein Original. Er hat eine Seele. Zum Schluss geht's nach Sachsen. Hier ist Stefan groß geworden. Bei seiner Familie hat er immer noch ein Zimmer. Und überall war ein Lieblingstier. Marienkäfer. Gespielt hat er aber vor allem mit anderen Dingen. Spielen konnte er beim Sport. Es war nicht nur Sport, es war auch sein Spiel. Zu Beginn fand ich das nicht so lustig. Das ist mehr für die Mädchen, sagte ich. Spiele Eishockey. Er wollte aber unbedingt Eiskunst laufen. In seinem Kleiderzimmer hat er alle Kostüme aufbewahrt. Das war sein erstes Kostüm, der Pierrot. Wie alt war er da? Ungefähr acht Jahre alt. Das ist wirklich hübsch. Das Wallis, die Heimat von Stefan Longbiel. Hier endet unsere Reise. Ja, Stefan Longbiel. Haben Sie sich wieder erkannt? Ja, schon einige Sachen, schon. Nein, es ist einfach die Klasse in Samoritz. Das ist schon was. Ich habe so viele Stunden da gesitzt und gewartet, dass ich weg von der Schule könnte. Und es ist schon was, wenn ich das sehe. Und alle diese Personen, die mir etwas gebracht haben, haben mir geholfen, um Stefan Longbiel zu sein. Ich meine, um ein Meister zu sein, brauchst du Hilfe. Du kannst nicht allein ein Meister sein. Und meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Bruder, mein Team, sie haben mir alles gegeben, dass meine Basis, um ich meine Kunst machen können. Und dann brauchst du Arbeit, brauchst du auch ein Talent. Es ist einfach schön, dass ich jetzt hier bin. Und ich brauche nicht mehr etwas zu beweisen. Einfach meine Kunst zeigen und immer noch arbeiten und weiter machen. Und ich arbeite jetzt, um meinen Sport nach oben zu tragen. Ja, also Sie sind ein Sportler, aber natürlich auch ein Künstler. Sie sind ein Künstler, der auf verschiedenen Bühnen erfolgreich ist. Denn wir haben nämlich noch etwas anderes gesehen, von Stefan Longbiel. Er könnte nämlich ein richtiger Showstar sein. Schauen Sie sich das an. Aftershow-Party bei Art on Ice. Und Stefan Longbiel mit dem Mikrofon anziehen. Das sieht doch toll aus, Stefan Longbiel. Sie haben auch Talent als Sänger. Wäre das etwas für Sie? Ja, ich brauche noch Arbeit da. Aber sind Sie ein Mensch, der das Publikum braucht, der die Bühne braucht, auch diese Showauftritte braucht? Ich brauche eine Bühne, das ist klar. Und dieses Jahr habe ich verstanden, dass ich vor einer Bühne meine Arbeit machen muss. Also nicht muss, aber ich möchte immer auf einer Bühne sein und etwas, das berührt, zeigen. Emotionen teilen und das ist ein Kontakt, den ich mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit einem Publikum, das brauche ich für mein Leben. Wir freuen uns, Sie auf diesen Bühnen dann zu sehen, bei diesen Shows, Weltmeisterschaften, dann Europameisterschaften. Aber im nächsten Jahr wird es bei uns eine ganz große Fussballbühne geben natürlich, die Euro 08. Wie sehr interessiert Sie Fussball? Also ich mag Euro und Coupe du Monde. Wenn ich Fernsehen schaue, habe ich immer gerne diese Mannschaft. Also es gibt einen Kampf, du kannst fühlen, dass es ein Land hinter der Mannschaft gibt, die drückt die Daumen, die will, dass sie gewinnt. Und es wird sehr schwierig für mich, weil die Schweiz gegen Portugal... Meine Mutter kommt aus Portugal, ja. Meine Mutter kommt aus Portugal und mein Vater aus dem Wallis und es wird schon schwierig sein, ein Team zu unterstützen. Also man merkt, Sie fangen auch gerade Feuer bei der Euro 08. Ja und Euro 08 ist natürlich bei uns auch das grosse Thema und dann mit der Eröffnung von diesem neuen Studio haben wir uns auch ein neues Gesicht gewünscht in unserem Moderatoren-Team. Für das haben wir ein aufwendiges Casting gemacht. Wir haben ganz viele Kandidaten ausprobiert und geprüft sie. Alle haben da mitgemacht bei diesem Casting und wir haben geschaut, wer ist der Beste oder wer ist die Beste. Aber einer war es dann ganz klar und zwar er. Der Schilberg Ress. Und heute hat er seinen ersten Auftritt hier bei uns im Sportponeraum. Herzlich willkommen Schilberg Ress. Vielen Dank.